Der Iran hat seine Bereitschaft erklärt, mit der Ukraine im bilateralen Treffen über Vorwürfe zum Einsatz von iranischen Drohnen durch Russland im Ukraine-Krieg zu sprechen. Das sagte Irans Außenminister Hussein Amir Abdullahian in einem Telefonat mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmitry Kuleba, wie es am Samstag auf der Internetseite des Außenministeriums in Teheran hieß. Wir dementieren die Vorwürfe diesbezüglich und sind auch bereit, dies im bilateralen technischen Treffen mit Kiew zu besprechen und auszuräumen, wird der iranische Chefdiplomat zitiert. Der Iran unterhält Amir Abdullahian zufolge zwar gute Beziehungen zu Russland und auch eine langjährige militärische Zusammenarbeit, Teheran sei aber gegen den Krieg in der Ukraine und lehne eine direkte Teilnahme in dem Konflikt ab. Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben von Freitag seit Mitte September mehr als 300 russische Kamikaze-Drohnen vom iranischen Typ Shahed 136 abgeschossen. Das sagte Luftwaffensprecher Juri Inhalt vor Journalisten in Kiew. Man gehe davon aus, dass Russland 2400 solche Drohnen bestellt habe. Die EU hatte Sanktionen gegen den Iran wegen der Unterstützung des russischen Krieges gegen die Ukraine beschlossen. Die iranische Führung hat bisher stets bestritten, Russland mit den Einweg-Drohnen beliefert zu haben. Teheran befürwortet zwar auch ein Kriegsende, hat aber die russische Invasion in der Ukraine nie kritisiert und dies gar als Gegenmaßnahme zur NATO-Osterweiterung als gerechtfertigt bezeichnet.